Hallo, ich bin Eva, deine Trainerin für das Virginia Satia Modell in dem Bereich Familienrekonstruktion und Teilarbeit, also Partsparty, wie sie es nennt. Und ich freue mich, diesen Sommer wieder dabei zu sein. Eine ganz besondere Zeit, in der ich anbieten werde und zwar alles als Hybrid. Was das bedeutet, du kannst ganz frei entscheiden. Entweder kommst du mit mir gemeinsam nach Aberno. Also wir sind dann vor Ort mit dem Team und weiteren Teilnehmern präsent. Und die gleiche Möglichkeit besteht auch an diesem Seminar, an diesem Workshop teilzunehmen und zwar über Zoom zugeschaltet. Das ist die Plattform, die wir nutzen und die sich wirklich in den letzten Monaten absolut bewährt hat. Wir sorgen natürlich dafür, dass wir als Gesamtfamilie in diesen beiden Ebenen gut zusammenwachsen. Das ist ein sehr interaktionelles Programm. Da bietet Zoom total viele Möglichkeiten, wirklich in der Gruppe Austausch zu haben. Man kann in Breakout-Groups, vielleicht hast du das auch schon selber erlebt in bestimmten Situationen. Wir haben viele Möglichkeiten an der Pinnwand zu arbeiten, so dass man dann wirklich auch zusammenkommt. Denn in der Arbeit geht es um echten Kontakt. Und in Zeiten wie diesen, wo diese Themen auch mit Herausforderungen besetzt sind, war es mir vor allem Anliegen, weil es in der Arbeit um Kontakt geht und vor allem auch um das Thema Kongruenz, in wirklich kongruenter Weise das Leben so abzubilden, wie es sich jetzt gerade gestaltet. Sei es jetzt privat oder geschäftlich. Denn am Ende geht es darum, wie Menschen miteinander interaktionell zusammenwirken und zwar auf Augenhöhe im echten Kontakt spürbar und das mit hohem Selbstwertgefühl und damit kongruent und damit selbstverantwortlich agieren können. Und in diesem Sinne, war der Rahmen so gesetzt, dass ich achten möchte, wie die Prinzipien dieser Arbeit sind. Und gleichzeitig bringe ich mit die monatelange Auseinandersetzung mit diesen unterschiedlichen Formen. Also insofern ist es eine ganz spannende Möglichkeit. Du hast jetzt die freie Wahl, komm nach Avanow direkt und wir lernen uns dort persönlich kennen oder du wählst es von dir zu Hause vom Computer aus zu machen. Auf jeden Fall können wir die gesamte Gruppe gut zusammenführen. Und dabei geht es dann um die Ziele Kongruenz, Selbstverantwortung, echter Kontakt, Selbstwertgefühl hoch und zu deinem eigenen Wahlträger zu werden. In diesem Sinne, ich freue mich.